Die vierköpfige Familie hatte sich zunächst ins Schlafzimmer und dann auf dem Balkon der Wohnung gerettet, weil der Fluchtweg durch Feuer und Rauch abgeschlossen war. Wir haben mit einer Drehleiter mit Korb die vier Personen gerettet aus der Wohnung und haben anschließend alle vier Personen ins Krankenhaus Friedrichshain gefahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017